hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von faktorio in der letzten folge haben angefangen hier unseren energiepark platz auszubauen wir schauen derweil mal kurz was sich hier so ergeben hat jetzt wo ich nicht mehr ohne ende diese schaltkreise brauchen ihr seht schon jetzt stapelt sich wieder alles wäre also gar nicht nötig gewesen das weiter auszubauen sieht soweit also ganz gut aus die werden sogar hier eingelagert und finden keine kiste das ist nicht gut da werden wir mal eine aufbauen müssen nämlich einen was hatten wir da immer die hatten wir immer einen provider chest da brauchen wir hier mal provider chest hin für die blauen schaltkreise es kann ja nicht sein dass die hier im lager rumtouren so smart inserter und du sollst mir bitte sortieren die hier und schon aber die wieder im logistiknetz seht ihr 104 105 passt dann hatten wir unserem kupfer ein bisschen was aufgebessert und ihr seht jetzt das ganze kupfer staut sich natürlich komplett weil jetzt haben wir natürlich auch die schaltkreise ist alles genug da ist es auch genug elia de facto da die maschine arbeitet trotzdem noch weiter wir nehmen mal die hälfte da raus ja hier geht's voran ja so gefällt mir das das heißt wir können uns jetzt richtig drauf stürzen dahinten unseren solarpark mal auszubauen jetzt gucken wir mal eben ob dafür alle sachen ich weiß das nämlich gar nicht mehr auswendig ob dafür alle sachen der produktion waren wir haben hier solarpanel da lassen wir mal ein paar mehr von bauen noch wir haben ja genug materialien für solarpanel hier rumfliegen das sieht ja alles ganz gut aus machen wir mal ein ne acht ist natürlich ein bisschen wenig hier ne mit dem maus mal so solarpanel haben also genug dann brauchen wir batteriedinger das sind die hier noch mal zwei mehr dann brauchen wir die trafo teile hier aber auch die teile aber auch wunderbar wunderbar gut dann könnten wir eigentlich hier weiter bauen und zwar wollen wir da oben probieren ähm wie breit es dann sein muss damit wir hier nochmal so drei fälle oder so hinkriegen warum greife ich die aliens nicht an weil ich erstmal hier den radar weiter für mich arbeiten lassen will vielleicht machen wir es auch irgendwann so dass wir dann überhaupt keine verschmutzung mehr haben dass wir dann alles auf keine verschmutzung optimieren sozusagen mal schauen so jetzt können wir also hier oben anfangen wieder mal die dinger hinzubauen und dann müssten wir so anfangen dass wir hier noch platz haben das heißt der turm das muss man eben weg hier wir müssen uns eh mal überlegen wie wir das am besten machen wo wir die dann immer da hinstellen ob wir dann hier zwischen mal eine schneise bauen oder ob wir die dann hinterher abbauen die türme oder ob wir einfach eine große schneise mal lassen würde fast sagen wir lassen hier ne wobei das hier würde reichen ne und den da hinstellen probieren das mal so also also da hätten wir platz gelassen lassen wir eins mehr platz oder 1 dann immer dann immer naja im weg zum durchlatschen sollte man schon zwei lassen oder wie wenn wir hier aber drei gelassen oder aber aber was gibt eigentlich keinen sinn ne nochmal eins zwei nochmal zwei wir sollten auch mal eine raketenfabrik bauen irgendwann mal so hier brauchen wir ein weiteres türmchen das heißt wir können zwei von denen hier hinstellen und dann brauchen wir ein türmchen ok aber doch das hätte sogar den passenden abstand ja das ist doch geil oder so was haben wir jetzt noch explosives effect transmission das können wir auch mal machen das zeige ich euch mal das habe ich noch gar nicht gezeigt mhm so dann also zwei breit und dann können wir hier wieder den nächsten turm hinstellen das würde ja passen das würde ja passen dann können wir jetzt hier nochmal gucken wie weit wir damit kommen also mit turm so dass wir auf einer seite vorbei laufen können ne das geht hier achso der war noch strom ne äh das ist übrigens interessant ne dass der immer einmal einmal geht der ohne strom und danach nicht mehr warum auch immer so was hat der denn für problem moment mal stromleitung stromleitung ahja da brauchen wir noch einen weiteren hier zwischen ist ja kein problem haben wir ja so ja und dann können wir eigentlich aber das geht ja weit genug hier ran dann können wir eigentlich hier die mauer weiter ausbauen so hier noch die bäumchen entfernen und dann haben wir eigentlich ein roboter optimiertes äh dingens kirchen gerät hier können wir jetzt auch schön hier in der flucht zu dem den nächsten aufstellen da wo er hingehört nämlich hier das ist irgendwie cool das gefällt mir können wir hier einen riesigen solarpark nur mit hilfe der roboter rockezug aus dem boden stampfen da hat er jetzt strom oder nicht ne jetzt hat er strom so dann haben wir drei hier ähm die hatten vorher noch niemals und könnten den theoretisch dann hier raus weiter erweitern irgendwann mal hier wollen wir aber jetzt erstmal nur einen abschluss hin machen oder sollen wir noch ein feld nehmen wir können ja noch ein feld nehmen wir könnten noch ein feld nehmen oder täuscht das gerade ne wir können auch ein feld nehmen oder testen wir zack wenn dann die herrschaften roboter sich mal bitte hierher begeben würden und den kram weg machen bitte so dann haben wir die gröbsten energieprobleme sollten dann behoben sein wenn das hier fertig gebaut ist ähm so da war hier oben sonst ein loch da müssen wir aufpassen also es ist schon ziemlich geil so wir werden angegriffen irgendwo natürlich hier unten da soll er doch kommen da der feind der lächerliche wir holen uns hier ein riesiges gebiet zurück oder ran eigentlich ran ne so das heißt wenn wir da oben am bauen sind dann sollten wir hier vielleicht ein bisschen abbauen damit wir die ressourcen sparen in der hoffnung hier jetzt nicht angegriffen zu werden also den strommast den brauchen wir weiterhin ne machen wir es mal so ja das sieht doch alles ganz gut aus was sagt denn unsere energie ja da müssen wir noch ein bisschen noch mal gucken wie das mit den mit den akkulmatoren aussieht dann jedenfalls hier haben die kleinen wuselmänner hier die haben jetzt erstmal genug zu tun mit auf und abbauen mit auf und abbauen da oben das loch das müssen wir glaube ich noch flicken hier wird was nicht hingebaut warum auch immer aber teile müssten wir eigentlich genug haben ne was denn hier die nächste kiste wo man reingucken kann irgendwo hier unten stand doch ein sonst stelle ich mal eben eine hin dann wissen wir es auch so wir haben was haben wir noch Türmchen haben wir genug wir haben genug Stromkabeldinger wir haben genug Mauer naja 402 haben wir noch von den großen haben wir genug von den anderen haben wir genug ja das sieht gut aus wir haben auf jeden Fall genug aber trotzdem habe ich irgendwo ein Loch in der Stromversorgung hier nämlich so das wäre würde übel enden ich erinnere mich noch dran in einer der ersten Staffeln wo er dann immer sagt oh gada gada du hast doch da ein Loch in der Stromversorgung gada gada du hast ein Loch in der Stromversorgung gada gada habt ihr ja recht ist ja auch gefährlich so da haben wir ja noch ein bisschen Brennholz da haben wir ja auch können wir auch nie genug von haben und dann können wir hier die Mauer weiter bauen weil ihr seht ja Ressourcen zum bauen haben wir auf jeden Fall genug und wir bauen so dass hier immer sich eins überlappt dann sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher so und hier müssten wir dann nochmal mit dem Kram hin auch dieses automatische Abholzen das ist auch eine feine Sache gibt es ja nichts ja und das ist dann wieder ein Energiepark wo man sagen würde er sieht doch halbwegs hübsch aus oder nicht jetzt mal ehrlich auch wenn er vor mir ist Leute ich bitte euch so was erforschen wir als nächstes natürlich Cargo Size warum nicht dann müssen wir nur wahrscheinlich gleich nochmal so ein paar Alien-Artefakte holen Holz haben wir jetzt auch wenn ihr euch Sorgen macht dass wir nicht genug Holz haben kann ich euch beruhigen haben wir und äh speichern muss ich auch nochmal auf jeden Fall haben wir jetzt einen riesen Bergplatz hier wo wir die Sachen die wir demnächst noch machen wollen alle dann unterbringen können unter anderem einen riesengroßen Bahnhof für unsere Eisenbahn bauen denn die wollen wir auch noch sehen ne? oder? wollt ihr die sehen? natürlich wollt ihr die sehen so was haben wir noch? Solarpanel haben wir noch ein paar dann haben wir noch die Batteriedinger Batterien nehmen wir natürlich jetzt extrem schnell ab seht ihr das? da müssen wir nochmal gucken haben wir 180 da müssen wir mal schauen das war Batterien nochmal optimieren Stahl haben wir genug schauen wir mal eben nach den Batterien was da Sache ist da trinke ich ja auch vor lauter Schreck erstmal einen Schluck außerdem würde mich von interessieren zum Thema hier ne? Nachtsicht da hab ich zu viel versprochen wie toll das ist so Batterien wo liegt das Problem mit Batterien? Kupferplatten Hä? was ist denn da los? wo sind meine ganzen Transportroboter hin? so so gucken wir mal hm ich weiß was hier faul ist wir nehmen derzeit gar keine Kupferplatten mehr raus seht ihr das? deswegen kriege ich auch keine geliefert mehr ei 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 wir müssen mal wieder Kupferplatten in die Kiste packen also eine Provider-Chess brauchen wir dafür und das bauen wir alles in der nächsten Folge auf ich hoffe ihr seid dann wieder dabei bis dahin machts gut danke fürs Zuschauen und tschüss hat euch dieses Video gefallen? dann lasst mir doch bitte einen Daumen oder einen Kommentar oder am besten beides da habt ihr mich noch nicht abonniert? dann wird es höchste Zeit denn dann verpasst ihr nicht was wir sonst noch alles für euch im Programm haben was genau findet ihr auch im Sendeplan unter tv.gardehol.de mit einer kompletten Übersicht über alle unsere Shows und unser komplettes Programm für euch könnt ihr ebenfalls interessant sein Prison Architect mit mittlerweile über 100 Folgen und unser neuestes Projekt Wildlife Park 3 tierisch gute Unterhaltung mit einer kompletten Übersicht mit einer kompletten Übersicht